Hallo, du wundervolle Seele. Ich habe mich entschieden, immer mal wieder, wie so auch jetzt, Gedanken auszudehnen, Worte auszudehnen, die gar nicht oft genug in dieser Zeit gedacht, gesprochen in uns bewegt werden können. Denn es ist die pure Ausdehnung des Lichtes, das wir in uns erkannt haben, des Lebens selber. Denn Leben ist Licht. Leben ist Licht in allem, kosmisches Licht. Es ist das eine Formlose hinter allen Erscheinungen und auch in uns unsere wahre Wirklichkeit, unser reinster Lichtgeist. Und wir entscheiden in dieser Zeit, wenden wir uns dem wahren Selbst, dem göttlichen Selbst in uns hin und bewegen wieder lichtvolle, lichterfüllte Gedanken. Oder aber geben wir uns hin, dem, was da draußen nochmal verzweifelt sich aufbäumt, der Gegenspieler, das Dunkle, das aber in Wahrheit auch sich selbst gar keine Existenz hat. Denn Licht, Gott, hat kein Gegenteil. Wie könnte denn alles, was ist, ein Gegenteil haben? Darüber müssen wir mal. Darüber zu meditieren, das lohnt sich. Es wird ja eine unglaubliche innere Bewusstseinsweite bescheren. Also, es sprudeln öfters mal Texte aus mir heraus, die ich auch veröffentliche. Und ich lese jetzt einfach mal vor, wenn du lauschen magst. Der Gegenspieler nährt sich ausschließlich von den Niedrige-Emotionen der Menschen. Unser Licht blendet es. Wenn du also strahlst in deinem Licht, vertrocknet es und unser Herzlicht durchlichtet alles Dunkle. So lass uns unser Licht leuchten. Die Erde, das Menschenkollektiv braucht uns in unserer vollen Herzkraft jetzt. Und worauf du auch schaust, was auch immer deine physischen Augen dich erblicken lassen. Dahinter, also hinter der Form, hinter jeder Erscheinung, hinter jedem die Wahrheit in deinem Bruder, in deiner Schwester. Ganz gleich, wie die sich wahrnehmen oder aus welchem Bewusstsein heraus die mit dir agieren. Dann, wisse einfach, dass die Wahrheit in ihnen immer der höchste Lichtgeist ist. Gott, das Göttliche, die göttliche Anwesenheit, reinstes Lichtbewusstsein. Denn dahinter, hinter der Form, die uns erscheint, ist immer das Eine, genau das ewig ungetrennte Eine, göttliche Selbst. Wie schon sagte Christusbewusstsein, welches wir alle miteinander und mit der Urquelle allen Lebens teilen, jetzt und immer schon. Wie auch immer es scheint, die Ursubstanz dahinter ist immer Licht, aus dem alles ist. Die Welt da draußen, die du siehst, ist in Wahrheit schon vergangen. Sie spiegelt in Form wieder, was wir und gerade Gras da draußen nun sichtbar in unserer Unbewusstheit kreiert haben. Der so lang unterdrückte Schatten ist nun offensichtlich. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn dadurch, dass sich der Schatten, der Wahnsinn da draußen, das Chaos so aufbäumt, zeigt es ja nur, dass es endlich an die Oberfläche kommt, drängt, was so lang im Verborgenen, wie ich sag mal, geschwählt hat. Und dadurch, dass es jetzt hochkommt, kann es erkannt werden. Können die Menschen es offensichtlich sehen und können eine neue Wahl treffen. Die Wahl, ob sie weiterhin dem ihre Energie, ihre Lebensenergie geben oder ob ihr euch jetzt bewusst für das Licht entscheidet, ob du dich bewusst für das Licht entscheidest und dann auch tatsächlich lebengebende Gedanken, Gefühle, Worte aussprichst. Gerade in Situationen, wo es uns noch ein bisschen schwerfällt, wo wir noch die Herausforderungen haben, wo noch mal Ängste und Zweifel hochkommen. Genau da ist es so wichtig, dass wir da nicht mehr ins Drama gehen, sondern dass wir es beobachten. Na, okay, da warst du schon wieder. Und dann bewusst bejahen die Anwesenheit des Lichtes, bejahen in dieser Situation. Und das ist ja Glaube. Also zu glauben etwas, was ich sehe, wie die meisten das machen, das ist ja kein Glaube, das ist ja null geistige Kraft. Aber etwas zu glauben, was du noch nicht sehen kannst, aber wissend, dass es schon im Feld ist, damit ziehst du es zu dir her und damit erleben wir das. Selig dem, der da glaubt, oder? Genau. Jetzt bin ich doch ein bisschen ausgeschweift, jetzt gehe ich mal im Text weiter. Genau. Kreieren wir durch unser ausgerichtet Sein auf lichtvolle Gedanken, das, was wir wirklich erfahren möchten, seien wir darin konsequent, verbannen wir alle Negativität aus unserem Feld. Niedrigschwingende Gedanken sind Energieräuber, wisst ihr das? Und verbanne sie aus deinem Haus, halte dein Haus rein. Alles, alles, was jetzt hier geschieht, dient unserem Erwachen. Das müssen wir wissen, diese ganze Zehgeschichte, es dient unserem Erwachen. Denn wäre das nicht so eskaliert, wie es jetzt ist und was auch immer noch kommen mag, die Menschheit hätte sich in den Ruin gewirtschaftet, in ihrer Unbewusstheit. Nicht, weil irgendwas böse oder schlecht ist, sondern einfach durch diese irregeleiteten äußeren Strukturen und die Menschen, die halt so eingewoben waren und zum Teil noch sind, die werden da jetzt rausge... Ja, sie werden einfach da rausge... zum Teil katapultiert auch, ne? Viele sind auch irritiert, aber sie bleiben mal stehen. Ey, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Und genau das braucht es. Und nur so können wir umkehren. Ansonsten wären wir ja, also im Kollektiv weiter. Weiter nach unten gedriftet, würden weiterhin die Natur ausbeuten, würden weiterhin die Tiere quälen und so tun, als so, ach, nu ja, es ist nun mal so. Also es dient alles unserem Erwachen. Ich, Licht, bin Gegenwart. Gott, Licht, die Urliebe, die Quelle allen Lebens, allen Seins, ist all Gegenwart. Alles in allem, alles in jedem. Ewig das Eine, das Ganze. Ich bin. Und jedes Mal, wenn du die Worte Ich, kosmische Anwesenheit, die eine Existenz, sagst und bin und dem was hinzufügst, was auch immer du sagst, das ist nämlich, die meisten Menschen reden immer noch so unbewusst. Aber das, was du dem Ich bin hinzufügst, wird deine Erfahrung und den Ausdehnung stärkst oder schädigst. Naja, also entweder du nährst damit das kollektive Feld mit dem, was du selber ausdehnst, weil wir sind immer verbunden, oder aber du schwächst es. Also entweder du erschaffst, erschaffst Himmel oder du erschaffst die Hölle. Augenblick für Augenblick für Augenblick für Augenblick und deshalb ist es auch so wichtig, in die Gegenwart immer wieder tagtäglich im Alltag einzukehren. Und ich habe das selbst, ich hatte auch in den letzten Tagen meine Herausforderungen, sind meistens die Themen, die uns schon, naja, die uns schon fast ein ganzes Leben lang begleiten, aber die wollen jetzt erlöst werden. Und das geht halt nur durch die Anwesenheit des Lichtes und dass wir immer wieder bejahen, dass die vollkommene Lösung da ist, dass sie sich offenbart, indem wir offenbar bejahen, dass die göttliche Ordnung in uns und in allem ist und sich ausdehnt in alle unsere Bewusstseins, in alle unsere Felder und Angelegenheiten in unserem Körper. Also immer wieder diese Gedanken der Wahrheit, das sind nähernde, heilsame Lichtgedanken, Denken. In diesem unmittelbaren Augenblick bist du nämlich frei. In diesem heiligen Augenblick existiert keine Zeit, um diesen grenzenlosen, gänzlich unversehrten Raum dieses Feld unstörbaren Friedens in uns zu gehen. In diesem kannst du, es ist eher ein Zustand, in dem kannst du in jedem Augenblick, wenn du dich hinwendest, dem göttlichen Einkehren, einfach ins Herz atmen, tief ins Herzzentrum einatmen und Gedanken der Wirklichkeit bewegen. Ich bin Licht aus seinem Licht. Ich bin Liebe, denn ich bin nach wie vor, wie die Quelle aller Lebensallenseins mich erschaffen hat. Ich bin weder meine Rolle, noch die Person, noch meine Geschichte, noch das kleine Körper-Ich. Ich bin Geist aus dem Lichtgeist. Und das hat sich nie verändert. Versteht ihr, wir sind das noch. Wir sind göttlich. Und wir haben einfach diesen Lichtkern auszuwickeln, wieder freizulegen. Und das geht natürlich auch, indem wir radikal der Angst und dem äußeren, künstlich erzeugten Dunkelspiel jetzt unsere Energie entziehen. Das ignorieren. Ja, es ist da. Auch nicht dagegen sein, nicht mehr dagegen kämpfen. Das ist wirklich das Dümmste, was wir machen können. Weil gegen alles, was wir kämpfen, gegen, stärken wir in Wahrheit. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir uns für etwas einsetzen. Aber da mag ich eben das Wort kämpfen nicht mehr. Weil ein Kampf ist uns so verankert, dass es immer was dagegen ist. Ja, wir setzen uns mit unseren löwen, göttlichen Kräften für das Wahre ein. Das ist nämlich eine unfassbar starke Macht, aber es ist auch sanft. Ja, das ist heute ein bisschen länger. Jetzt will ich mal schauen, was ich weite. Genau. Und deshalb ist es täglich für uns so wichtig, dass wir meditieren, dass wir in die Stille gehen, dass wir nach innen tief in unser Herz immer wieder uns verankern, uns hineinsinken lassen. Es ist praktisch unumgänglich. Unumgänglich. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Weil unser ganzes, unser ganzer Zellenstaat, ja, ist über Jahrtausende mit den illusorischen und mit irrtümlichen, leeren Folge müllt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da sauber machen. Und das geschieht, indem wir immer wieder die Sonne stärken in unserem Herzen und uns daran erinnern, dass wir Licht sind. Wir sind unendliche, grenzenlose Lichtwesen. Zeitlos. Und diese Zeitlosigkeit zu erfahren, sind wir jetzt. Die unablässig angstschürende Instanz da draußen kann dich nur erreichen, wenn du ihr glaubst, wenn du dem Wahnsinn, deine Aufmerksamkeit und deine kostbare Lebensenergie entziehst. Wenn du dem, genau, wenn du dem Außen, dem, was du nicht mehr unterstützen willst, auch wirklich darüber nicht mehr sprichst. Darüber nicht mehr schimpfst. Denn wir müssen etwas praktisch unserer Energie entziehen, damit es vertrocknen kann. Verstehst du? Das ist wirklich, das will täglich praktiziert werden. Und ich bin nun schon geübter darin und dennoch. Das ist ein ständiges Training. Aber es wird leichter. Es wird immer, immer leichter. Weil wenn einmal dir klar ist, was du wirklich bist und das in dir tief verankert ist, dann fällt es leichter. Dann fallen dir die Gedanken der Wirklichkeit immer mehr zu. Und noch einmal, der Gegenspieler, also der Schatten, nähert sich ausschließlich von den Niedrige-Emotionen der Menschen. Unser Licht blendet es. Genau. So. Und damit, ihr Lieben, wollte ich heute wieder einige Worte der Wahrheit mit euch teilen. Denn es gibt wohl nichts Wesentlicheres in dieser Zeit, als dass wir uns mit unserem inneren Licht, also mit dem göttlichen Licht in uns verankern. Das ist wichtig, das kosmische, das göttliche Licht, dass wir uns immer mehr darin gewahr sind, dass wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind verkörperte Lichter, Energiewesen, Lichtgeistwesen. Und es ist jetzt Zeit, dass wir unsere Meisterschaft erfahren und Meister über unsere Gedanken, über das, was wir sagen, über das, was wir glauben. Denn es geschieht uns nach unserem Glauben. Ob wir das glauben oder nicht, das ist wirklich die Tatsache, das, was wir tief drin glauben. Das wird geschehen, das wird zu unserer Wahrheit. In dem Sinn, alles Liebe. Bis dann.